Hey meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch den Too Much Information Tag bringen und zwar den TMI Tag. Ich wurde von drei, ja diesmal war ich, wurde sonst nie getaggt, jetzt waren es auf einmal drei, einmal von der Domino-Kati getaggt. Ihren Kanal kann ich euch echt empfehlen, ich verlinke ihn euch in die Infobox von iDangerousHero und von der Sinra. Auch ihre Kanäle verlinke ich euch in die Infobox. Kommen wir nochmal zurück zum TMI Tag. Der hat 50 Fragen, dieser Tag und ich würde sagen, nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch einen Kuchen, nehmt euch einen Tee, denn es wird jetzt ein bisschen dauern. Also schnappt euch eure Tassen, setzt euch hin und hört mir jetzt gefälligst zu, wenn ich spreche. Was hast du gerade an? Ich trage diesen Pullover, eigentlich ist es ein T-Shirt, also in der Beschreibung heißt es T-Shirt, ich sage jetzt Pullover. Der ist von Mango, den habe ich ganz neu, kostet 12,99 Euro und ich trage den gerade total oft und total gerne. Ich hatte ihn auch in meinem letzten Video nicht, dass ihr denkt, ich schlafe mit dem Ding. Nein, ich trage ihn halt einfach nur gerne und eine graue Jeans von Zara und Gucci-Sneaker. Die Ohrringe sind von Six, mein Ehring und der Ring ist von H&M. Das trage ich jetzt gerade. Je verliebt gewesen? Ja, war ich. Ich war verliebt und ich bin jetzt sogar verliebt. In meinen Mann, natürlich. Hattest du je ein schlimmes Beziehungsende? Ja, hatte ich. Ich hatte in meinem Leben zwei Beziehungen. Die eine Beziehung ging sieben Jahre lang, also fast sieben Jahre lang. Und das war so, dass ich, also viele haben nicht viel dazu gesagt, aber ich werde jetzt halt mal mit offenen Karten spielen. Ja, meine erste Beziehung, die, ja, meine erste Beziehung, die ging fast sieben Jahre lang und diese Person hat sich dann irgendwann getrennt. Einfach so. Und war dann so ungefähr vier Monate spurlos verschwunden. Bis ich dann auf der Straße war, also in einem Café, wo meine Schwester neben ihrem Studium gejobbt hat. Und sie meinte, ey, da ist Punkt, Punkt, Punkt. Ich so, what? Da habe ich rausgeguckt und dann bin ich halt rausgelaufen. Und es war die Ampel, also die Ampel war rot und davor stand ein Auto. Das war halt geschmückt und da habe ich reingeguckt, da saß mein Ex-Freund drin mit seiner Braut und seiner Mutter. Und ja, also es ging gerade auf die eigene Hochzeit. So habe ich mein Beziehungsende erfahren nach sieben Jahren. Das war sehr hart. Das war so richtig Hollywood-like, Bollywood-like. Ich habe eine sehr harte Zeit durchgemacht. Und dann habe ich den besten Mann auf der ganzen Welt kennengelernt, der das beste Geschenk in meinem ganzen Leben ist. Mein Mann. Wie groß bist du? Ich bin ganze stolze 1,50 Meter groß. Dass das klar ist. Groß, nicht klein. Wie viel wiegst du? Ich bin eigentlich mit allem offen. Ich habe keine Geheimnisse. Wer mit mir spricht, ich erzähle. Ich habe das Gefühl, ich erzähle manchmal zu viel von mir. Das hat sich immer nicht so, das kommt, glaube ich, immer nicht so gut im Leben. Auf jeden Fall, ich wiege 47 Kilo. Ja. Tattoos? Nope, keine Tattoos. Ich persönlich mag keine Tattoos. Wer es mag, go for it. Nein, nein, also ich mag es halt an mir nicht. Und ich war nie ein großer Fan von Tattoos. Für mich selber. Piercings? Nein, nur meine Ohrlöcher. Und auch nur die. Also nicht hier, 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 sondern nur die. OTP. One True Pairing. Ah, also so viele, so viele. Kate und also von Titanic. Check, check. Oh mein Gott, ich heule immer noch. Ich finde es immer noch total tragisch. Ich liebe Titanic. Das ist ein Traumpaar, was für mich heute noch total tragisch ist, dass es zu Ende gehen musste. Dann auf jeden Fall von Gossip Girl. Chuck und Blair auf jeden Fall. Und noch so viele andere. Das sind jetzt so die, die mir so spontan einfallen. Lieblingsfernsehsendung? Ah, das sind so Fragen. Ich kann mich nicht einigen, weil es sind so viele. Und ich finde zur Zeit halt extrem cool Breaking Bad und Suits. Bam, in your face. Heisenberg forever. Lieblingsband? Also wie soll ich es sagen? Ich war ja voll auf dem Hip-Hop-Trip. Immer schon. Aber ich bin jetzt so voll auf so türkische Musik und ich habe zur Zeit, also als Band, eine türkische Band und die heißt Sakkum. Ich schreibe euch das mal in die Infobox, wer Interesse mal an einer türkischen Band hat. Die finde ich zur Zeit richtig cool. Vermisst du etwas? Ja, ich vermisse sehr viel in meinem Leben. Wie einige von euch wissen, ich lebe ja seit zwei Jahren, also seitdem ich verheiratet bin, in Bielefeld. Ich habe aber meine ganze Familie in Berlin. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Ich kriege gerade so ein bisschen Pipi in den Augen. Ich habe meine Eltern dort. Ich habe meine älteste Schwester dort, meine Neffen und meine Nichte und meine andere Schwester in Kassel. Und da meine zwei Nichten. Und mein Bruder, der auf Gran Canaria lebt und eine Tochter hat und die Frau jetzt auch wieder schwanger ist und ich meine kleine Nichte nicht kennengelernt habe. Und also ich vermisse, ich habe jeden Tag Herzschmerz. Lieblingslied? Das ist zur Zeit auch ein türkisches Lied und zwar heißt die Sängerin Sula und sie hat ein neues Lied und das singe ich euch einmal kurz vor. Das geht so. Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt und werde im Oktober 28. Der Anzeichen? Scorpion King Baby. Kennt ihr den Stachel? Nein. Qualitäten, die du in einem Partner suchst? Auf jeden Fall alles, was mein Mann hat. Also ein Mann muss wissen, also ein Partner muss wissen, was er vom Leben will, was er von sich selber möchte, was er von dem anderen möchte. Also halt mit beiden Füßen, mit beiden Beinen im Leben stehen. Das ist für mich so sehr wichtig. Und natürlich Humor, ehrlich sein. Eigentlich so die Dinge, die sich, glaube ich, jeder irgendwie bei einem anderen Menschen wünscht. Lieblingszitat? Es gibt sehr viele Zitate, die ich euch hier jetzt zitieren könnte. Wenn ich sie mir dann merken könnte, ihr wisst, mein Gedächtnis, nee. Deswegen lese ich euch jetzt eins vor und zwar ist es eine Weisheit der Sufis. Die äußere Schönheit eines Menschen muss mit der inneren Schönheit verschmelzen und eins werden. Dies ist der Ursprung wahrer Schönheit. Lieblingsschauspieler? Ach, das ist auch so eine, wie mit dein Lieblingspaar. Ich habe Johnny Depp, ich habe Leonardo DiCaprio, ich habe Al Pacino, ich habe Jean Reno, ich habe Puh, many, many. Also ich könnte, also so die richtigen alten Hollywood-Kracher, wisst ihr? Nicht das, was jetzt so nachkommt, da bin ich jetzt nicht so in der Materie, aber das, was man so von früher kennt, das sind für mich richtig coole Schauspieler. Lieblingsfarbe? Blau. Laut oder leise Musik? Laut! Ja, am liebsten. Let's get loud, turn the music, na 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 na. Wo gehst du hin, wenn du traurig bist? Penn. Meistens, weil, ich bin nicht so gerne, also wenn ich traurig bin, bin ich einfach nicht gerne draußen, ich bin dann alleine, möchte ich dann sein und am liebsten im Bett. Schlagen gehen. Wie lange brauchst du, um zu duschen? Hm, ich denke so 15 bis 20 Minuten in etwa, ja, doch, das kommt hin. Wie lange brauchst du, um morgens fertig zu werden? Das kommt ganz darauf an, ob ich Bock habe, mich zu schminken und also wenn ich mich nicht schminke, also wenn es so halt super schnell geht, nur so Wimpern tusche, dann halt in 10, 15 Minuten, das schaffe ich und wenn ich halt Bock auf mehr habe, dann schon so eine halbe Stunde. Ja, locker. Jemals in einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen? Nein, war ich nicht. Also als Kind bestimmt hat man sich gerauft, ja, habe ich mich gerauft, natürlich habe ich mich gerauft, aber jetzt so krasse Puhlein oder so, auf keinen Fall. Turn on? Ja, jetzt muss ich aber nachdenken. Auf jeden Fall, also Turn on sind für mich, wenn das Äußere passt und das, was aus dem Mund kommt, auch. Das ist für mich auf jeden Fall ein Turn on. Und natürlich halt so gepflegt sein, ist ja klar, wer sagt, wer auf Äußeres nicht achtet, ich finde, hm, weiß nicht, ob das immer ganz so passt. Natürlich Charakter und so, ja, das sind für mich Turn on's. Turn off? Wenn das Äußere blüht und das Innere mega verweckt ist, also wenn du denkst so, ja, und dann öffnet dieserjenige oder diesejenige den Mund und dann kommt nur so raus. Das finde ich absolut, geht gar nicht. Die Gründe, wegen denen du YouTuber geworden bist? Ich habe geheiratet, ich kam nach Bielefeld, ich hatte, hatte, ich hatte keine Freunde und ich kannte niemanden, ich kannte die Gegend nicht, die Stadt nicht. Ich war alleine und was ich hatte, war mein Laptop und das Internet und dann fing ich halt an, YouTube zu gucken, mal wieder. Ich war ja früher schon auf YouTube, ich habe ja Gesangsvideos gemacht und ja, ich habe das so ein bisschen für mich entdeckt, also wiederentdeckt. Und ich dachte, ich habe halt auch was zu erzählen und ich danke den ganzen 12.000 Menschen, die mir heute folgen, die mich unterstützen. Und ja, wegen euch bin ich heute hier. Ängste? Ich habe auf jeden Fall Ängste, viele Ängste, also zum Beispiel Verlustangst ist bei mir ganz groß. Also ich habe seit meiner Kindheit sehr viele Verluste erleiden müssen und der Schmerz sitzt halt noch so tief, dass ich Angst habe, wieder was verlieren zu können. Und das sind so krasse Ängste für mich, vor allem Verlustängste, egal welche Art, ob Tod oder Trennung. Das sind so Sachen für mich, da habe ich echt Schiss vor. Ja. Ach und von Nazis. Ich träume seit meiner Kindheit von Nazis, die mir hinterher rennen und ich renne nach Hause, klopfe bei meiner Mutter an der Tür und sie so, geh noch spielen. Und sie versteht nicht, dass ich verfolgt werde. Das ist auch eine Angst. Also heute noch, wirklich. Letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat. Ein Musikvideo, auch von einem türkischen Sänger, der heißt Gökhan Tütkmen. Der hat ein Lied rausgebracht, das heißt Çatı Katz. Und als ich das Video dazu gesehen habe, habe ich mich auf den Boden gesetzt und so geguckt. Und dann habe ich mitgeweint. Das war sehr traurig. Ich bin voll nah am Wasser gebaut. Letztes Mal, dass du jemandem, ich liebe dich, gesagt hast. Und zwar meinem Mann heute Morgen, als er zur Arbeit gegangen ist. Weil immer, wenn er zur Arbeit fährt, dann begleite ich ihn ja. Ich schmiede noch jeden Morgen seine Brote. Und dann bringe ich ihn ja zur Tür und dann sagt er immer, ich liebe dich. Und dann sage ich, ich liebe dich auch. Bedeutung hinter deinem Online-Namen. Ja, Hatice Schmidt. Also ich heiße Hatice. Wie einige von euch wissen, richtig Hatice. Ihr dürft mich auch Hatti nennen. Und Schmidt ist mein wirklich echter deutscher Nachname. Hatice Schmidt. Das steckt einfach hinter meinem Namen. Mein echter Name. Ich stecke dahinter. Letztes Buch, das du gelesen hast. Nietzsche. Wie man wird, was man ist. Das Buch, das du gerade liest. Dostoyevsky. Der Idiot. Letzte TV-Show, die du geschaut hast. Ich gucke gar keinen Fernseher mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Aber früher habe ich immer TV-Total geguckt, weil ich liebe Stefan Raab. Letzte Person, mit der du geredet hast. Mein Mann. Die Beziehung zwischen dir und der Person, mit der du zuletzt SMS geschrieben hast. Also SMS, meine Schwiegermutter. Die Beziehung muss ich euch ja jetzt nicht erklären. Schwiegermutter. Und WhatsApp, meine Freundin. Sorry, Baby. I like you. Lieblingsessen. Immer dieses Lieblings-Lieblings. Ich habe zu viele Lieblinge in meinem Leben. Türkische Pizza, Pizza, Pasta. Ja, Döner. Manze. Manze ist so kleine Teigtäschchen mit Hackfleisch drin und Joghurt und Knoblauch und so super lecker. Viel. Ich könnte euch echt jetzt eine ganze Latte aufzählen. Aber wenn ich mich so frage, dann so Türkisch-Spitzer-Döner. Ich fange wieder von vorne an. Ja. Also das ist so. Ich mag die türkische und italienische Küche sehr. Ort, den du besuchen möchtest? So viele Orte möchte ich noch sehen. Ich habe zwar schon viel gesehen. Und, ähm, also ich war ja schon mal, also was mich ja sehr fasziniert hat, war ja Hawaii. Ich war ja auf allen vier Inseln und Australien. Und da würde ich jetzt voll gerne nochmal hingehen. Aber ich denke, wir sind bald in Istanbul. Ich bin ja jedes Jahr in Istanbul. Manchmal einmal im Jahr, manchmal zweimal im Jahr. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt bald nach Istanbul geht. Letzter Ort, an dem du warst? Köln. Bist du verliebt? Oh ja, bin ich. In ganz viele Menschen. An erster Stelle gilt meine allergrößte und endliche Liebe an meinen wunderbaren Ehemann. Love you. Und dann meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester, meine andere Schwester und meine sechs Nichten und Neffen. Ich bin sechsfache Tante. Also mein Herz ist voll. Ah, und Tschöcki, das ist mein Kater. Dann Dino ist mein Kater. Scheket und Lulu. Die sind alle in Berlin und ich vermisse alle und ich liebe alle. Ja, ich bin verliebt. Sehr sogar. Letztes Mal, dass du jemanden geküsst hast? Heute Morgen. Letztes Mal, dass du beleidigt wurdest? Puh, no idea. Im Internet, auf YouTube oder so, denke ich. Keine Ahnung. Also so auf der Straße nicht, weil da trauen sich die Leute ja immer nicht. Aber hinter ihren Laptops sind sie alle groß und stark und wahrscheinlich dort. Hi. Lieblingssüßigkeiten? Hört es mit den Lieblings auf? Bald? Also ich bin nicht so der Schoki-Mensch. Wobei Snickers, Snickers gehen immer. Da werde ich übrigens auch zu Diva. Wenn ich Hunger habe, so ein Snickers ist schon was Feines. Dann, also so Gummizeugs mag ich auch nicht. Am liebsten mag ich Kekse, Kuchen, Torten. Boah, ja, Baby, das ist so das, was ich mag. Welche Instrumente spielst du? Ich spiele meine Stimme. Das ist das Einzige, was ich spielen kann. Und das nicht mal so gut. Lieblingsschmuckstück? Das. Mein Ehring und mein Verlobungsring. Letzten Sport, den du gemacht hast? Couch. Hopping. Bei mir zu Hause. Couch, Küche, Couch, Küche, Couch, Küche. Das ist mein Sport. Und das schon seit zwei Jahren. Letztes Lied, das du gesungen hast? Gilt jetzt das Lied, was ich eben gesungen habe? Weil vor dem Videodreh habe ich meinen Mann nochmal mit einem anderen Lied voll gesülzt. Und zwar, ja, da kann ich den Text in meinen Kopf, ich kann den Text gerade nicht, aber da habe ich ein anderes Lied gesungen. Und zwar von Gürkan, Tütkmen, Schatze, Katze. Lieblingsanmachspruch? Gar keiner. Geht ja mal gar nicht. Welcher Anspruch? Anspruch? Ja. Welcher Anspruch heute? Nein. Welcher Anmachspruch? Gar keiner. Ist cool. Hast du es hier benutzt? Äh, nein. Letztes Mal, dass du mit jemandem gechillt hast? Eben, gerade. Ich habe Pizza gemacht und wir haben Walking Dead geguckt. Hallo? Eben, vor dem Videodreh. Gerade eben war es. Apropos Walking Dead. Also, das ist ja mal eine geile Serie, aber die schauspielerische Leistung und diese Dialoge, ne? Also teilweise könnte ich... Ich habe vorhin eine Flasche Cola getrunken, als ich das geguckt habe. Und ich hätte das Ding echt voll an die Wand donnern können. So wütend war ich. Weil ich kann mich über Dialogen ganz schön aufregen, wenn die so scheiße rüberkommen. Wer sollte diese Fragen als nächstes beantworten? Ich glaube, dass diesen Tag so gut wie fast jeder jetzt gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wer einzeln diesen Tag nicht gemacht hat. Ich tagge auf jeden Fall jeden. Ich lade jeden zu diesem Tag ein. Die 50 Fragen sind ziemlich cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei Domino, Kati, bei iDangerous Hero und Sinra. Wie gesagt, die Links verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Und ja, danke nochmal an die 12.000 Menschen da draußen, die mir jetzt auf Schritt und Tritt folgen. Ihr seid die Besten. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr gelangweilt. Ich hoffe, euer Tee ist nicht kalt geworden. Ihr konntet ihn noch warm genießen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Video mit euch. Bis zum nächsten Mal.